Und dies wird der Heilige Vater mit einem kleinen Ansprache einleiten. Liebe Schwestern und Brüder, diese feierliche Heilige Messe wollen wir nun gemeinsam mit dem Engel des Herrn beschließen. Dieses Gebet erinnert uns immer wieder aufs Neue, an den geschichtlichen Anfang unseres Heils. Der Erzengel Gabriel unterbreitet der Jungfrau Maria den Heilsprallen Gottes, nachdem sie Mutter des Erlösers werden soll. Maria erschreckt. Doch der Engel des Herrn spricht ein Wort des Trostes zu ihr. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. So kann Maria ihr großes Ja-Wort sprechen. Dieses Ja, Magd des Herrn zu sein, ist das vertrauensvolle Ja zum Plan Gottes, zu unserer Erlösung. Und sie spricht das Ja schließlich zu uns allen, die sie unter dem Kreuz als Kinder anvertraut bekommen hat. Nie nimmt sie diese Zusage zurück. Und deshalb ist sie selig, ja glückselig zu preisen, denn sie hat geglaubt, dass sich an ihr erfüllen wird, was der Herr ihr gesagt hat. Wenn wir nun diesen Engelsgruß beten, dürfen wir uns mit dem Ja-Wort Marias verbinden, voller Vertrauen einstimmen in die Schönheit des Planes Gottes und der Vorsehung, die er uns in seiner Huld zugedacht hat. Dann wird die Liebe Gottes auch in unserem Leben sozusagen Fleisch werden, immer mehr Gestalt annehmen. In allen Sorgen brauchen wir keine Angst zu haben. Gott ist gut. Zugleich dürfen wir uns getragen wissen von der Gemeinschaft der vielen Gläubigen, die jetzt in dieser Stunde auf der ganzen Welt mit uns zusammen über Fernsehen und Rundfunk den Engel des Herrn beten. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, unser Gottes, bitte schön uns zu hören, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Maria sprach sie, ich bin eine Macht des Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte schön uns zu hören, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und das Wort ist Fleisch beworben. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte schön uns zu hören, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Bitte für unsere heilige Gottesgebärerin. Auch das Gebirge werden, der Verheißung ist. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir haben Dank, dass du und jetzt in deiner Zeit und in deiner Zeit. Amen. Amen.